na nee nee lass mal stecken ja die zeit dass wenn das noch 20 cm gewesen wären das waren höchstens fünf zentimeter applikante reicht natürlich ist jetzt wieder normaler bosskampf das war tatsächlich farby mein lieber vielen dank für deinen neunten sap in folge vielen lieben dank schön dass du mal wieder da bist ich habe gehört du bist auch halb für wispers quatsch dann machen wir einen sturmwerfer eine dynamo kann oder ich mir vielleicht sparen sollen ja das war es war ein bisschen doof ich könnte die theoretischen muni farben weil ich hier immer wieder unendlich munition kommt würde halt nur arschlange dauern theoretisch weil so das bond nach ich hätte ja nur ganz gerne einen nano schwärme noch wenn es geht danke das wäre mir tatsächlich gerade ganz wichtig gewesen alles was ich irgendwie gleich beim bosskampf nicht brauche hier verbraten oder so okay hier sind schädel muss ich wieder werfen kann ich sogar nutzen um ihn schaden zu machen scheiß ich kann ihn so nicht attackieren okay und gut dass ich dein leben gesehen habe deswegen war es egal ja farby ist auch so selten da ist nicht schön was quasi unseren 40 tage stream marathon verpasst das ist einmal was hier los ist wenn du nicht da bist man 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 so warum will ich da hoch weil hier irgendwas bestimmt ist okay eine mega explosion wo ich wette es gibt keine checkpoints beim boss ich glaube das wird richtig assi da wollen wir direkt drüber oder schauen wir hier noch ne hier ist nix okay ist das der chef hier ha und tschüss will ich hin alter was ist denn das yes nee du auch noch runter wenn dann macht ihr alle da unten party ja okay nee die mache ich glaube ich auch so fertig ich versuche munition zu sparen wo es irgendwie geht das ist nicht so schlimm auch clever clever genau bring mich mal aufs end schiff Bekannte Drohungen eines abgeheifterten Gegners klären wir diese Sache endgültig nach Piratenart mit fiesem Tritt. Ach nö, komm schon. Wo ist der Piratenschädel? Immerhin gibt er mir Munition. Ich hoffe, die droppen diese Schädel. Das ist ein Gleis. Ja, da ist einer. Jetzt schnimm ihn dir, komm. Hab ich nicht getroffen? Oder braucht er jetzt nur einfach mehrere Hits? Oh, das kann natürlich sein. Okay, jetzt ist on, jetzt ist on. Komm schon. Krieg dich. Jägerwerfer. Oh, Slack. Ich krieg dich nochmal. Ich krieg dich nochmal. Nein. Komm schon. And it's all over. Yes. Nein, nein. Der Drehstern gehört mir. Oh, mein Körper. Was hast du gemacht? Klappe zu, du elende Ratte. Sonst wirst du Kiel geholt. Bei meiner unsterblichen Seele, das ist mein Körper. Ich rette dich, mein Käpt'n. Hahaha. Haben wir es jetzt echt schon geschafft? Also, mit Hilfe einiger Glückstreffer und Cheatcodes. Was für Cheatcodes? Ich bin gespannt von Käpt'n Slack und Darkwater. Ja, und zwar zum Glück. Es war wirklich peinlich zu zweit auf dem Klo. Der Lombax eilte nach Hohlefahr, um endlich zu erfahren, wo sich sein geschätzter Kumpel befand. Ne, wir müssen Klenk doch noch befreien. Das war's noch nicht. Na, hoffentlich klappt das. Hat der Werte gesprochen. Wenn X der Koeffizient von A² minus die Unwahrscheinlichkeit der Hypotenuse am absoluten Nullpunkt ist, dann ist der Bogenindex des Nenners immer kleiner, weil der Anzahl der Nenners immer nach Flüssen ist. Wie ist der Fick? Aber... 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 Das gibt's doch nicht. Das ist Nefarius, Mann. Nefarius hat was mit dir zu tun. Edefix, was tust du? Ich mag es dich zu erschrecken. Ach, komm! Edefix! Das war seine schwierigste Aufgabe. Er ist noch erwartete. Ah, das war's. Wollt ihr noch mal hören? Mir hat das erste Mal mehr als gereicht, du tollmütiger Landratte. Schon gut, schon gut. Danke, Edefix. Vielen lieben Dank, Mann. Ich rege mich auf, bis du mir einen Körper besorgst. Und jetzt ruder! Zieh! 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 Oh, lass mich raten. Zieh! Klappe! Zieh! 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 Scheiße! Zieh! Lass dich nicht so hängen! Nefarius hat also was mit dem Sony zu tun und hält Klenk, deswegen gefangen? What? Haben wir das echt in zweieinhalb Stunden durchgespielt? Wow! What the fuck? Ja, ladies and gentlemen, das hier ist Ratchet & Clank Quest for Booty. Also die haben das mit einem Mini-Abenteurer aus Ratchet & Clank echt sehr, sehr, sehr wörtlich genommen. Ich meine, das ist kein Vollpreistitel, ne? Aber trotzdem, ich habe schon 23 Euro dafür gezahlt, glaube ich. Oder warte, lass mich mal nicht nügen. Ich glaube, damals war es aber schon ein 30-Euro-Titel. Ich gucke mal, wie viel ich jetzt gezahlt habe, acht Jahre später. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warte, 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 guck nach. Wow! Das Spiel kostet 33 Euro auf Amazon. Gebraucht 10 Euro. Also für einen 10er, okay. Wow! Das ist natürlich ziemlich heftig. Ähm. Für einen 10er ist zweieinhalb Stunden zwar auch schon fast zu wenig, aber okay. Das war wirklich ein Mini-Abenteuer. Alles klar. Ja, gut. Lass es, ja, dann war es für Release zu 15 Euro. Jetzt kostet es halt mittlerweile 33, weil es logischerweise nicht mehr produziert wird. Für gebraucht kriegst du es für einen 10er. Das ist echt ziemlich heftig. Aber ich meine, ich fand es schön. Es war ein schönes, ich sage ja, es ist wie ein Add-on gewesen. Zweieinhalb Stunden und mein kleines Abenteuer lebt, okay. Mehr ist es halt nicht. Mann! Mann! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fabi, bist du völlig wahnsinnig, auch du für dein Urlaubskonto, was für ein Urlaub, aber das Herz kriegst du zurück, Fabi, lass dich mal öfter blicken, man, hoffentlich bist du wenigstens bei Whispers dabei, heilige, dankeschön, mein lieber Fabi, dankeschön, also, beste Bude, unser Abenteuer ist vorbei, meine Bestellung kam im Übrigen an hier, Ratchet & Clank, a crack in time, werden wir also als nächstes spielen, ist die Zeit für Ratchet & Clank abgelaufen? Ratchet hat eine Menge Ärger am Hals, sein bester Freund Clank wird immer noch vermisst und sein Ernstfeind Dr. Nefarius plant mitten im Weltraum seine bösen Machenschaften. Wer denkt, dass es schlimmer nicht mehr kommen kann, hat falsch gedacht, tief in Clanks Datenbanken liegt ein Geheimnis über die ultimative Macht der Zeit verborgen, ein Geheimnis, das unsere beiden Helden für immer trennen könnte. Ratchet & Clank für immer getrennt? Das werden wir verhindern in unserer Reise durch a crack in time, unserem nächsten Projekt der Future Trilogie von Ratchet & Clank. Bums. Ende 2009 geht das Abenteuer weiter. Ja, ist richtig.